Grüß meine lieben Freunde, ich hoffe euch geht es gut, ich hoffe ihr habt den Tag gut überstanden, ein neuer Track von Manuelsen Löwe Ich bin ehrlich, ich höre Manuelsen nicht so sehr Oder hab auch nicht so oft von ihm gehört, das einzige, wo ich was von ihm gehört habe, war glaube ich auf dem Album von Animus Aber das war es glaube ich auch schon Das hat einfach nichts mit ihm oder sonst irgendjemandem zu tun, sondern einfach Keine Ahnung, einfach zu viele Künstler, vielleicht ist er für mich persönlich irgendwo, also nicht im geschäftlichen Sinn Sondern einfach, weil ich nicht so drauf geachtet habe, ist er wahrscheinlich irgendwo so ein bisschen untergegangen Zum Beispiel von Basultan Hanks und sowas gehen mir irgendwie in letzter Zeit auch so ein bisschen Ich komme einfach nicht dazu, vielleicht die zu gucken, weiß ich auch nicht Da sind es halt so ein paar Künstler, die gehen einfach unter Aber das liegt nicht an der Musik Deswegen bin ich gespannt auf diese Musik Und mal schauen, was er diesmal ausgehauen hat Ich sehe mich um, ich sehe mich um, neue Gesichter überall Maul halten Mann, ich sehe die stärksten und cleversten Männer, die es jemals gab Ich sehe so viel Potenzial, wie es vergeudet wird Wir sind die Zweitgeborenen der Geschichte, Leute Männer ohne Zweck, ohne Ziel Wir haben keinen großen Krieg, keine große Depression Unser großer Krieg ist ein spiritueller Unsere große Depression ist unser Leben Und das wird uns langsam klar Und wir sind kurz, ganz kurz vorm Ausrasten 08 gab ich das Mic ab, weil ich malte Bilder für Blinde, verzerrte Symbel Fokus aus den Augen, wo ich hin will Negativ, schlief mit ner Wumme Fieber des Dschungels Dick Depression, Stich des Skorpions Lass mich am Sterben, Mäusch, Fick auf Millionen Ich wollte allein sein und schrieb nachts Jede Schuld, die du hast, komm, lad sie bei mir ab Ich trank Tränen von Menschen Lies Blut für Hunde Hunde, Salz in der Wunde, Pech und Schwefe Lass mich beten, wie konnte er mir jemals vergeben Mäus, ich war bereit zu sterben, dass er schmerzendlich geht Auf der Suche nach jemand, der versteht Mäus, aber Reue ist ne Fremdsprache Wenigstens kann ich sagen, dass ich gekämpft habe Löwe EIN Man muss tun, was ein Mann tun muss Lad die Gans zum Schoß Wir leben, leben, leben wie die Kämpfer Die anderen uns geschenkt haben Die Taten geben die Größe Der Löwe Alles was ich mache so Löwe Ich gehe meinen Weg wie ein Löwe Alles was ich mache so Löwe Ja Löwe 2010 über dem Berg, so wie Gipfel Herz voller Risse, doch im Putt so wie Pisse Vollgetankt, Waffen sind geladen Vier, fünf Generation Kanak, Brüder in Ekstase Gerüchte ließ euch wissen, nein, ihr konntet mir nix vormachen Weil ich überall Ohren habe Vor mir Hasskicks auf Nachschichten Während Lutscher bisschen Hasch ticken Schrieb ich hier die Bars, die da in Arsch ficken Nicke, ich war frisch geboren, in diesem Maskenball niemals mein Gesicht verloren Ich bin M-Punkt, überall zu Hause, überall auch nicht Doch überall zu sehen, Mülham in den Wien Herz ist kalt, so wie Stalingrad Doch ich bin ein Abi, wenn du zu mir Abelsatz Yeah Reue ist ne Fremdsprache Doch ich weiß, dass ich gekämpft habe Löwe Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss Latte ganz zum Schuss Wir leben Leben, leben wie die Kämpfer Die anderen uns geschenkt haben Die Taten geben dir Größe Der Löwe Alles, was ich mache, so ein Löwe Ich gehe meinen Weg wie ein Löwe Ich bat wie ein Löwe Alles, was ich mache, so ein Löwe 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 Alles, was ich mache, so ein Löwe Ich gehe meinen Weg wie ein Löwe Ich bat wie ein Löwe Alles, was ich mache, so ein Löwe 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 Ja, ich mach mal hier ganz kurz einen Stopp. Ich mach mal ganz kurz hier zurück. Auf diesem Bild sieht er aus wie, so ein bisschen wie Wukong. Ja. Ähm, die Hook ist mega geil, Alter. Ich find die Hook richtig saugut. Also richtig gut. Saugeil. Saugut. Und, ähm, der Track an sich ist gar nicht schlecht. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist echt ein mieser guter Track. Ähm, wieso, wie gesagt, Manuelsen bei mir runtergegangen ist, keine Ahnung. Aber der Track ist echt mies. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ähm. Was soll man überhaupt Manuelsen an sich so sagen? Ähm, ich denke, er ist noch auf einem guten Weg. Vielleicht dauert das so ein bisschen seine Zeit. Und, äh, er macht gewisse Sachen auch durch. Und, äh, finde ich auch respektvoll. Ist auch alles gut. Soll auch weiterhin so machen. Ja. Äh, Hauptsache, er hat später damit Erfolg. Und bereut seinen Weg kein Stück. Das ist nämlich immer die Hauptsache als Künstler. Man muss einen bestimmten Weg einschlagen, um später das nicht zu bereuen. Und, äh, das ist ja die Hauptsache an sich. Ansonsten, das ist ein geiler Track. Und, äh, ich werde den auf jeden Fall nochmal gleich mal ein bisschen pumpen und gucken. Und, äh, wenn der weiterhin mir gut im Ohr liegt, dann werde ich den Track natürlich auch kaufen. Ist keine Ursache. Äh, ansonsten wünsche ich euch eine gute Nacht. Wir sehen uns nicht, liebe Schwestern und Brüder. Wir sehen uns die Tage. Bis demnächst. Ciao.